Welchen medizinischen Effekt hat das? Erklären Sie mir das noch einmal. Vom Wirkprinzip her ist es natürlich so, der ganze Körper wird von innen heraus langsam und schonend durchwärmt. Das heißt, der ganze Körper wird aktiviert, die Durchblutung wird gefördert, der Stoffwechsel. Also der ganze Körper, alles ist ja miteinander gekoppelt und alles wird dadurch positiv geimpft. Das heißt, egal ob ich Muskelkater habe, ob ich Gelenkschmerzen habe, ich setze mich hier 20 Minuten rein und gehe raus mit einem besseren Gefühl. Richtig. Das ist doch mein Wort. Wohlfühlen und Medizin. Ich sage immer, das ist wie die Physiotherapeutin und der Medizinschrank, alles in einem. Dann lohnt sich auch die Investition. Richtig. Vielen Dank. Danke auch. Viel Erfolg noch hier auf der Messe. Danke ebenfalls.